Musik Hallöchen Freunde, herzlich willkommen zu Copy & Taste. Und ja, ihr habt es schon gemerkt, ich muss zum Friseur. Und ich habe einen wundervollen Gast heute hier. Das ist eine super Überleitung mit Friseur. Oder? Mega Ding. So, hallo Freddy. Ich habe Fingerpistols introduced wieder in meine Videos. Ich hoffe, das kommt zurück jetzt. Auf jeden. Dankeschön. Heute drehen wir den Spieß mal um. Normalerweise bist du ja unter anderem dafür bekannt, dass du die Lieblingsgerichte deiner Gäste kocht. Richtig. Und da wollte ich mir das nicht nehmen lassen und dachte mir, dein Lieblingsgericht? Spaghetti Bolognese. Bolognese, ja. Und du bist schon reingekommen und wurdest schon leicht nervös, als du gesehen hast, was hier so alles rumsteht. Ja, ich bin irgendwie immer noch irritiert. Ich lasse es mir aber gleich von dir genau erklären, weil du probierst ja was, was ich schon gerne mag, besser zu machen. Ich versuche es zumindest. Und wenn das nicht stattfindet, bin ich auch knallhart ehrlich zu dir. Das finde ich absolut korrekt. Und schicke meine Armee von 14-Jährigen auf dein Video und lass es disliken. Okay, das verstehe ich. Das verstehe ich. Das gilt ja umgekehrt genauso. Ich mag kein Gaming mehr. Ich habe jetzt nur noch 30-Jährige. Absolut. Ach, das ist gut. 30-Jährige und Muddys sind aber auch das echt bessere Publikum. Die kaufen nichts. Das ist natürlich scheiße. Das stimmt. Aber wir machen heute fränkisch-amerikanische Fusion Cuisine. Ich als Berliner. Hast du das selber gemacht? Also das ist die Idee? Ja, im Prinzip ja. Also wir machen Spaghetti Meatballs. Ja. Ja, was so typisch amerikanisch ist. Da bist du so ein bisschen klopftiger. Das ist so dieses italienisch-amerikanische. Da kriegst du halt weniger diese Hackfleisch-Soße, sondern du kriegst wirklich immer Meatballs einfach schön. So schöne kleine Meatballs. Kleine, okay. Nudeln schön auf die Gabel, Meatballs dazu. Total lecker. Susi und Streuchstile. Genau so ist das. Und die machen wir mit Kalbfleisch. Wie so eine ganz typische, und das ist eben diese fränkische Fleischpflanzele eigentlich. Ja. Machst du auch mit Kalbfleisch. Ein paar frische Kräuter dazu einfach. Brezeln tatsächlich. In Milch eingeweichte Brezeln mit da rein. Laktosefrei. Sehe ich schon. Laktosefrei Milch tatsächlich. Das Ganze wird dann zusammengeknetet einfach. Und um noch so ein bisschen richtig Knallbums reinzukriegen, haben wir hier italienische pikante Bratwürste. Die holen wir aus dem Darm einfach raus, benutzen das Brät und mischen das dann noch ein bisschen mit unter. Damit fangen wir direkt an. Okay. Und du kriegst gleich mal eine scheiß Aufgabe. Knoblauch klein schnippeln. Ich freu mich voll. So richtig schön klein. Ich freu mich richtig. Nice. So richtig schön klein, kleine Würfel. So richtig schön klein. Ich tue einfach so süßig exakt genau wie man das schneidet. Genau. Und am Ende sind es kleine Würfel. Genau. Nicht draufhören. Film einfach nicht drauf. Bleib auf ihm. Bleib nur auf ihm. Ich bin ja jetzt so ein bisschen vorgeschädigt. Wir kochen jetzt noch nicht so lange, wie du kochst. Und ich habe mir hier schön einmal den Daumen abgesäbelt. Oh nice. Als ich mal so getan habe, als könnte ich schneiden. Weißt du, den hier. Aber da willkommen im Club. Ich habe schon so viele Küchen voll geblutet. Ja, ja. Und seitdem bin ich aber auch, ich bin halt ein ängstlicher Typ. Liegt in der Familie. So einmal was falsch gemacht. Und seitdem bin ich deutlich langsamer geworden. Bei allem, was ich da gemacht habe. Und auch nicht mehr so experimentierfreudig. Das ist aber nicht schlimm. Weil A, Gordon Ramsay sagt ja immer, let the knife do the work. Und kochen ist nix hektisch. Aber Gordon Ramsay sagt auch auf den Arschloch kommen. Das sagen wir ja auch nicht. Weißt du, man kann auch einfach das Ganze entspannt angehen lassen. Ja, aber dann auf der anderen Seite, weißt du, er predigt sowas. Aber, ähm. So, das war's auch schon mal wieder für den ganzen Tag. Ist schön, dass wir heute schönen Morgens drehen, weißt du? Schön, erst mal Knoblauch, wie mein ganzer Tag im Arsch heute Flo. Ach Quatsch, erzähl doch nicht. Du bist doch Knoblauch-Fan. Das weiß ich nicht genau. Ich bin ein Riesen-Fan. Äh, weißt du, mir ist mir auch eingefahren. Wir kennen schon so lange, dass ich sogar einen Arm von dir halb umtätowiert kenne. So lange kenne ich die schon. Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Das ist echt, äh, so messe ich auch immer meine Freundschaft mit Flo. Und ich hab immer noch, ich hab immer noch deine Waffel-Mütze. Ja, ich weiß, ich hab auch immer noch deine Mütze. Das war halt eine Haftmütze, glaub ich, ne? Ja. Genau, ja, hab ich auch immer noch. Wir haben mal einen Mützentausch gemacht. Ja, das war... Seitdem sind wir Schmiedecousins in, äh, hatware. Das war ein harter Abend auch, muss man jetzt einfach mal dazu sagen. Ja, du hast mir auch einfach diese Mütze abgedrissen und meintest, das ist geil. Ja, in etwas so ist das passiert. So komm ich an viele Dinge, die mir gehören. Frau, Kinder, alles klar? Ja, exakt. Das ist geil. Das war meine Reaktion, aber gut. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Ach, ich war in einem Club, fand sie ganz nett. Clefman-Style. Guck mal, du hast neun Zwiebeln schneller geschnitten als ich, so kleine Knoblauchdinger. Das ist doch, das ist doch nicht mehr normal. Aber ich geb mir auch sehr viel Mühe, das hier so voll präzise zu machen. Süß, ja. Weil ich verschweige, ungerne oder gerne, dass ich natürlich ein super Koch bin, aber nur fürs Internet natürlich so tue. Als wäre ich nicht so gut, wie ich eigentlich bin, wenn mir die Gäste besser dastehen. Die Gordon Ramsay-Momente behalte ich nicht für zu Hause auf. Also das mit dem Fluchen und so. So, ich kümmere mich jetzt gerade erst mal hier wirklich um die Meatballs-Masse. Das heißt, ich habe hier die Würstchen schon mal drin. Dazu kommt jetzt das Kalbshackfleisch. Das haben wir übrigens selber gewolft aus einem schönen Stück. Ich habe jetzt sowas gemacht. Entschuldigung, wenn ich nicht unterbreche. Ich muss nur sagen, dass ich geholfen habe. Das stimmt. So, aus einem Rosenstück nämlich. Das ist grob gesagt. Auf dem Bein. Aus der Beinregion. Wir packen jetzt hier noch diese in Milch eingeweichten Brezelstücken tatsächlich dazu. Und falls ihr Fans von klassischer Bolognese seid, Freunde, dann ist das hier nicht euer Video. Aber ich bin noch dabei. Ja, aber du musst auch. Aber ich bin auch kein Fan von klassischer Bolognese, muss ich dazu sagen. Denn als erstes Lieblingsessen hatte ich tatsächlich mein Lieblingsessen gemacht. Also die Bolognese von meiner Mama sozusagen. Und die ist auch jetzt schon durch diverse Familiengenerationen getragen worden. Und hat eigentlich mit einer klassischen Bolognese auch nicht viel zu tun. Nicht mehr so viel. Habe ich auch in den Kommentaren dann gemerkt. Also Dankeschön nach wie vor. Vielleicht gucken ja sowohl mich als auch dich Leute. Dankeschön für die sehr rationalen Kommentare, die anfingen mit, das hat so wenig mit Bolognese zu tun wie deine Mutter mit Italien. Fand ich sehr nett. Grüße gehen raus, Kevin1234LP. Du Aslak. Mann ey. Nee, aber die sind auch zu mir ausgeflippt. Aber du sagst ja extra dazu. Es hat mit klassischer Bolognese nichts zu tun. Es ist Spaghetti Meatballs eben durch dich inspiriert, weil du ja Bolognese Fan bist. Und ich komme aus Süddeutschland. Ja, siehst du. Das ist für mich eigentlich ein absolutes Fest. Schön Brezel und Spaghetti. Das ist alles, was ich mag. In einem Gericht. Siehst du? Im Prinzip so, als wenn ich so ein Elternteil von mir damit auseinandergesetzt hätte, weil ich alles nicht esse, was ich denn mag. Was er denn eigentlich isst? Was zur Hölle isst denn dieses Kind? Was ist das jetzt? Das sind Salzpyramiden. Kokosraspeln? Nein, Salzpyramiden. Die sorgen für einen richtig schönen Crunch dann, wenn du Glück hast. Weil die sich nicht komplett auflösen. Salzpyramiden? Darf ich eins davon essen? Natürlich. Tu dir keinen Zwang an. Es ist Salz. Aber warum denn Pyramiden? Weil eigentlich schreust du das auf ein Steak und hast dann so einen unfassbar geilen Crunch, während du kaust einfach noch. Total geil. Siehste? Schmeckt gar nicht Salz. Es ist Salz. So, und jetzt cheaten wir uns wieder ein bisschen noch Geschmack zusammen und nehmen frischen Liebstöckel. Liebstöckel? Liebstöckel, den könnt ihr auch einfach weglassen, weil ich weiß, es gibt Leute, die haben Probleme damit. Nicht jeder verträgt das tatsächlich. Ja, das finde ich raus heute. Das ist das sogenannte Maggi-Kraut. Und das heißt nicht umsonst so. Ach, das ist das! Das heißt nicht umsonst so. Das muss ich nicht mal finden. Hab ich nicht. So, und das Ganze, die ganze Lumumpe hier. Yes. Oh, ein sehr schönes Wort. Wird jetzt einfach verknietet. Lumumpe, I love it. Du hast kein Problem damit, Hack einfach so anzufassen. Überhaupt gar nicht. Bei mir ist es auch nicht so schlimm. Bei mir ist nur die Temperatur immer schwierig. Wenn du so frisches Fleisch, durch Wolfgang und es kalt, und dann, ich hab so total Probleme mit Kälte an meinen Fingern. Echt? Ja, total. Aber das ist ja jetzt hier auf Raumtemperatur. Ja, dann ist okay. Ich hab noch ein paar Redethemen natürlich mitgebracht. Das ist sehr schön. Erinnert mich aber gar nicht dran. Wir stehen hier seit 50 Minuten und du hast 19 Lichter aufgebaut. Also das sah hier vorher komplett anders aus. Hier war auch keine Küche. Hier ist normalerweise ein Bett. Wir sind gerade in einem Airbnb. Hammerding. Ich benutze das ja auch eigentlich für meine Videos gerade. Ich hab da auch immer den Leuten erklärt, dass es deine Küche ist. Nicht, damit ich hier den Shitstorm bekomme des Jahres. Aber da können wir direkt, da können wir tatsächlich direkt mal. was klären. Die Leute rasten nämlich immer völlig aus. Warum ist da ein Bild von den Space Frogs im Hintergrund? Sag doch einfach, dass sie ein Fan müssen. Weil die Leute immer davon ausgehen, dass ich hier wohne. Aber das ist falsch, Freunde. Das hier ist unser Büro. Also eines unserer Büros. Ich klau dir mal deinen Knoblauch kurz. Wenn du den jetzt noch kleiner machst, bin ich enttäuscht. Aber ich könnte es verstehen. Nein, nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Darum geht es nicht. Ich brauche nur die Fläche am Herd. Ja. Weil wir fangen jetzt hier richtig schön an. Du hast noch Hack übrig gelassen. Mit Brotseln. Ich habe noch Hack übrig gelassen. Genau. Ich bin gespannt. Für was? Wir geben ein bisschen was davon in die Soße für diese kleine grisselige Konsistenz, die eine Bolognese ja normalerweise hat. Aber nur ganz wenig dann noch mit zum Anschwitzen nachher. Jetzt machen wir erst mal die Meatballs und die braten wir im Prinzip nur vor. Das heißt, von einer Seite richtig schön scharf anbraten, dass sie ein bisschen crispy werden, ein bisschen Röstaroma kriegen. Dann nehmen wir sie aber wieder raus, weil die nachher dann in der Soße erst fertig garen sollen. Sonst werden sie zu trocken. Also aber auch nur von einer Seite. Das heißt, nicht wenden. Einfach nur einmal reinlegen und dann okay. So ist der Plan. Ich bin sowieso fasziniert, dass er gerade im Hackfleisch mit Rätsel ist. Das ist mir schon. Wie machst du ein Du-Bouletten? Also jetzt nicht Burger-Patties, sondern so. Es gibt vielleicht ein Video dazu auf meinem Kanal. Ist das so? Ist nie so gut gelaufen. Geil. Ich bin noch richtig gespannt. Freddy, der kocht nämlich heute auch noch eins meiner absoluten Leibgerichte. Das kommt ja dann auf deinem Channel. Mit dir aber. Das ist das Wichtige. Ich lasse mir das immer von den Leuten erklären, damit ich mich komplett versage. Aber ich mache das so, ich mache das so, ich mache das so von oben herab so. Ne, 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 du machst mit. Echt? Ich wollte ganz oft so eine Geste machen. Nein, du machst da mit. Nein, weil ich wollte ganz oft so etwas machen wie. Das habe ich schon genug von meinen Eltern bekommen damals. Du musst jetzt nicht auch wieder anfangen. Okay, alles klar. Ich sehe, du hast einiges zu verarbeiten. Du hast drei Jahre studiert und willst jetzt YouTuber werden. Ja. Du müsstest nur noch ein halbes Jahr machen für deinen Bachelor. Ich sehe, da haben wir ehrlich eine Entscheidung auf jeden Fall. So, wir haben die jetzt so geformt. Grandiose Arbeit. Ich habe geholfen. Von meiner Küchenfee Freddy. So, für die Größe könnt ihr euch merken. Ihr nehmt euch einen Löffel, macht so den halben Löffel voll, knetet das einfach einmal an, dass das so halbwegs rund ist. Schmeißt das rein. Jetzt erhitzen wir das Ganze, braten die halb durch, wie gesagt, damit die nachher dann durchgaren in der Soße. Nehmen das alles raus. Und dann geht es an die Soße, dickt dann ein bisschen ein, dann kommen die dazu. Dann machen wir die Nudeln frisch, ne. Das kann er dann vor sich hin blubbern und dann wird auch schon gegessen. Ganz simpel heute. Ist das zu schwer. Wer von euch Bock hat und noch eine italienischere Note mit dran haben möchte, dem kann ich nur empfehlen, gebt einfach ein bisschen Salbei und Rosmarin mit in das Öl, das sich erhitzt. Könnt ihr einfach so dazwischenlegen, wo ihr Platz findet. Und dann geht das darüber. Genau. So, jetzt können wir die nämlich schon mal rausnehmen und einfach beiseite stellen. Die kümmern uns dann um die Soße. Dafür nutzen wir einfach dasselbe Öl, was wir hier schon drin haben. Siehst, die sind richtig ordentlich angebraten. Ein guter Crunch. So, jetzt schwitzen wir die Zwiebeln an. Auch viele Zwiebeln, auch sehr gut. Schalotten, um genau zu sein. Das wird ja auch eine Menge Soße. Warum Schalotten? Weil mehr Schärfe? Ne, die sind nicht so agro eben. Meinst du? Ja, wir geben ja noch ein bisschen Schärfe tatsächlich dazu gleich. Aber die Schalotten sind eben nicht so agro. Die haben nicht so einen extremen, zwiebeligen Geschmack und nicht ganz so viel. Da kannst du ja auch dir die Dinger wirklich in die Augen stecken. Und da tränt nichts. Also zumindest bei diesen französischen Schalotten. Ich habe keine Ahnung, ob es da jetzt große Unterschiede gibt. Da bin ich überfragt. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe auch noch nie diese Schalotten, die du da benutzt hast, gesehen gerade. Da war ja ziemliche Röhren. Soll ich umrühren? Muss du noch was machen? Soll ich auch was tun? Soll ich leben? Also wir haben, ja, du kannst, im Prinzip kannst du deinen Knoblauch dazugeben. Oder du rührst weiter und ich gebe den dazu. Okay, ich rühre weiter. All right. Rühr. Und das ist jetzt geil, weil die haben auch noch so ein bisschen diese Fleischsaft jetzt. Genau. Sie haben den mega ab. Boah, ist dieser Knoblauch gut geschnitten. Auch so ansatzweise nicht ungefähr gleich große Stückchen. Der ist super. Das muss sein. Das transportiert die Individualität. Broadcast yourself. Ja, Zwiebel und Knoblauch anbraten, vorher die Bulettchen haben wir gehabt. Reicht der Mann, ne? Das ist immer. Und ich denke, wenn man den Geruch mal in so ein Gericht nur übernehmen könnte, ich würde auch Zwiebel, Knoblauch essen den ganzen Tag. Also so, scharf oder pikant? Ich würde bald pikant bleiben, weil ich glaube, der Magen muss heute noch durch einiges durch. Und falls es ins Auge geht, dann ja. Ja, wir machen nur pikant. Da wir Kalbsfleisch verwendet haben, löschen wir das Ganze auch mit Kalbsfond ab. Richtig, habe ich auch gelernt. Hat nur vier Jahre gedauert, bis ich das geraucht habe. So. Oder Gemüsefond geht ja auch immer, ne? Ja, Gemüsefond geht natürlich auch. Habe ich auch gelernt. Aber wir wollen ja ordentlich Aroma, Aroma, Aroma. Aroma. Die Gude, Alde, Aroma. Dosentomaten. Dosentomaten. Was jetzt passiert? Gibt nichts Besseres. Einmal passiert und einmal stückig. Die gibt es auch mit Chili, habe ich letztens rausgefunden. Jo, aber haben wir ja selber gewürzt. Finde ich auch tatsächlich ein bisschen charmanter. Stimmt. Als dieses Eingemachte. Gut. Okay, aber das war einmal stückig und einmal nur passiert. Passiert. Einmal nur passiert, ja. Genau. Zu stückig mag ich es nicht. Zu stückig ist nicht mal so mein Favorite. Jetzt einfach alle weggucken. Geben natürlich noch. Bechamelsoße rein. Schüsken, Schüsken, Sahne. Die Bechabolo. Schüsken, Sahne mit dazu einfach für einen guten Taste. Und schmecken dann, wenn sie ein bisschen eingekocht ist, schmecken wir sie ab. Weil, würdest du jetzt würzen, ist der Nachteil. Nein, die Soße, Digga. Was, Sahne da reingetan? Ja, ein bisschen. Sahne. Ja. Ich sag ja gerade, es ist ein sehr amerikanisches Spaghetti-Meatball. Zane. Erstmal eine schöne, gute Runde Zane reinmachen soll. So ist das wohl. Aber tatsächlich, also es ist saulecker. Jetzt aber nochmal abschmecken. Immer erst, wenn sie quasi die Wunschkonsistenz erreicht hat, würdest du sie jetzt würzen und sagen, jetzt ist on top, jetzt ist on point, jetzt ist geil, big time. Und dann geht sie ein, verkocht, wird von der Masse her ja geringer, auf einmal ist natürlich das ganze Gewürz, was drin ist, viel intensiver, weil es insgesamt auf weniger Flüssigkeit dann ist. Und dann denkst du dir, scheiße, vorhin war gut, jetzt ist versalzen. Das Ding, was ich immer mit Brühen habe, da ist ja schon Salz drin, wo das verkocht und ich hab's gesalzen. Genauso. Immer. So, jetzt ist der große Spaß von 15 Minuten warten angesagt. Finde ich gut. Schön. 2000 Jahre später. Okay, ihr seht, die Soße, die ist schon ganz wunderbar eingedickt. Wir haben die jetzt einfach nur ein bisschen gewürzt, wirklich einfach mit Salz, Pfeffer, ein bisschen Oregano und dann habe ich noch ein bisschen was einfach von dem Hack, das wir übrig hatten, mit dazugegeben. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle nicht nur Käse auf die Spaghetti hinterher reiben, sondern habe mir gerade überlegt, das habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gemacht. Oh, das ist nicht gut. Das werde ich jetzt... Lass nicht experimentieren, ist so gut bis jetzt. Doch, doch. Ich werde hier ein bisschen Käse ranmachen. Nur ein bisschen. Aber warum? Damit die Bolognese Fäden zieht? Ich weiß auch nicht genau. Mal gucken, wie es wird. Wenn du schon mal hier willst, du experimentierst auch nonstop, dann will ich jetzt auch machen. Aber für mich ist halt schon ein Muffin ein Experiment, weil ich noch nicht gemacht habe, Flo. Das ist ein bisschen ein anderes Level als Parmesan in der Bolognese. Ja, aber ist doch geil. Nee, das ist ein Fehler. Nein, ich glaube, das ist geil. Trust me. Trust me. Was wir jetzt machen, ist, wir setzen jetzt unsere Fleischbällchen da rein. Kobe. Dass sie einfach nur... Ich dachte, du ziehst jetzt durch, weißt du, so von da ab. Und dann alle so nebeneinander. Aber auch auf die angebratende Seite, nicht umgekehrt dann. Ja, ich will ja, dass sie auf der Seite crispy sind quasi. Und dass sie dann hier wirklich jetzt nur in der Soße... Guck mal, wie du das anrichtest. Ich hätte das Brett jetzt genommen, so. Nein, 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 auf keinen Fall. Weil das ist ja wirklich, das Auge ist mit. Und so macht der Kochen dann auch irgendwann, das macht ja einfach auch wirklich Spaß. So, das bleibt jetzt hier einfach nochmal so gute acht bis zehn Minütchen. Und dann... Und dann zieht das jetzt durch mit der Soße, wenden wir die? Nee, gar nicht. Und dann ist ja oben gar nichts gebraten worden. Ja, richtig. Nur von einer Seite. Und da richtig knackig, richtig schön krustig, könnte man schon fast sagen. Und alles andere bleibt jetzt erstmal so. Weil wir wollen ja auch nicht nachher auf irgendwas rumkauen, was so russig hart ist. Sondern es soll ein bisschen Crunch haben. Und der Rest einfach richtig schön lecker, luftig, flockig, leckere... Wusstest du, dass du eine Premiere heute machst mit mir? Warum? Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Spaghetti und Meatballs gegessen. Echt nicht? Ja. Aber du warst da, warst du in den USA schon? Ja, ein Auslandsjahr gemacht. Da kriegst du das ja bei jedem Italiener. Ich habe keinmal Italienisch gegessen bei Austin, Texas und Tex-Mex. Okay, alles klar. All day, every day. Ja, okay, das verstehe ich. So, wir machen in der Zeit jetzt einfach schon mal das Nudelwasser heiß. Mir sagen die Leute immer, ich kriege richtig viel Shit, weil ich Salz immer vorher ins Wasser tue. Es spielt überhaupt keine Rolle. Weil es den Siedepunkt angeblich nach oben setzt. Es spielt absolut überhaupt keine Rolle. Und das ist auch so ein Küchenmythos, der sich hartnäckig hält. Und was ich auch noch gehört habe, ist, dass man eigentlich sehr viel Salz, auch was haben wir denn hier, 2,5 Liter Wasser auch reinballern muss. Ja, guck doch an. War bei Garnileo. Ja, geil, ich mache es nicht. Ich weiß nicht, ich brauche da jetzt keine 8 Kilo Salz drin. Ne, nicht 8 Kilo, 6 ungefähr. Ja, ja. Nee, bei euch nicht. Nee, aber war schon überproportional viel. Ja, naja, nee, mache ich nicht, weil die Nudeln sind ja drin und den Geschmack, klar, die Nudeln muss ein bisschen Salz gesehen haben, sehe ich auch so. Ja. Aber für mich kommt der Geschmack aus der Soße, fertig. Das stimmt. Und du benutzt jetzt Tagiatelle. Genau. Wie die schöne, frische Nudeln einfach. Wo hast du die her? Warum kriegt man die so hier? Das stört mich. Die kann man hier kaufen. Entweder zum Beispiel in gute Geschäfte, in so Spezialitätengeschäfte, oder da gehst du in Gastronomie-Großhandel. So, das habe ich jetzt erstmal hier umgerührt. Das ist so gut wie durch. Da haben wir auch die Hitze jetzt einfach rausgenommen. Da brauchen wir nichts mehr, das soll nur noch warm halten. Und jetzt packe ich mal die Nudeln da rein, weil ich habe keinen Bock mehr zu warten. Und die brauchen, das ist das Schöne, dadurch, dass die eben frisch sind, brauchen die auch nur so um die zwei Minuten. Ernsthaft? Ja. Goll. Und dann sind die gut. Und wie findet es jetzt raus, wann die al dente sind? Ich klopfe gegen den Topf und dann höre ich den Klang und dann nehme ich sie raus und vorher sie gegen den Kühlschrank. Vielen Dankeschön. Willst du mal eine Nudel schmeißen? Ja, voll gerne. Aber ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja nicht die russischen Omi-Hände, deswegen. Muss ich eine Nudel schmeißen, sagst du? Als ob du das so anpacken kannst. Du bist aber... Ach so. Kann noch. Kann noch. Ich habe das auch gegen geklatscht. Toilette, muss ich hier einmal alles... War eine super Idee. Küchenmüden, Alter. Das ist ein neues Format, das machen wir zusammen. Finde ich sehr geil. Können wir immer irgendwas irgendwo gegen klatschen lassen. Finde ich super. Ja, ich glaube, so geht das. Warte. Es klatscht nicht, dass ich... Wir testen nochmal. Vielleicht, ich habe einen schlechten Winkel vielleicht gehabt. Oh, aber besser. Lief schon mal runter. Ja, genau. Das sind jetzt wie diese Nännchen, die von den Straßenhändlern immer kaufen können. Reicht uns das? Ja. Hui. Oh, ich bin richtig glücklich gerade, ne? Man sieht es kaum, aber ich bin, glaube ich, sehr glücklich. Man sieht es kaum. Ich lasse mir das nicht so anmerken. Heute wird so viel Gutes gegessen, Alter. Heute wird so viel Gutes gegessen. Ich lasse dir. Bist du ein Vielsoce-Mensch oder bist du so ein... Ich bin Schwabe, ja. Muss schwimmen. Oh, right. Muss schwimmen. Mal kennen es. So, wenn wir die hier mal schön... Die Balls auch. Ja, finde ich sehr gut. Schön viele Balls bitte auf mein Essen. Ja, Balls sind wichtig. Es ist mal ansatzweise für Floßverhältnisse auch schon nicht schlecht angerichtet. Alter, fick dich. Hier mit so einem Klecks auch und dann so, ja, ist nicht schlecht angerichtet. Ist nicht meine Stärke, gebe ich zu. Anrichten, ja, finde ich auch super schwierig. Ist auch überbewertet. Alter, Vater. Ja, dann würde ich sagen, kann direkt mal verkostet werden. Finde ich geil. So, wunderbar. Machst du ohne Löffel? Ich mache ohne Löffel. Ich mache auch erst mal ohne Löffel, weil Meatballs probieren. Der Vorteil ist ja, du kannst ja hier, ne? Kannst ja nudeln. Dann halten die, der Meatball hält die fest. Ich will jetzt erst mal nur Nudeln probieren. Ich schwöre dir, der ist soft wie Sau. Du bist verheiratet, hast du gesagt, ne? Ja, ja. Schade. Also, die meiste Zeit, ne? Aber Freddy, was ich weiß, was ich nicht weiß. Also, Adam ist heute Abend, ich weiß sie nochmal. Ich habe ein großes Adam ist Leo-Sets. Mir reicht dein Hotelzimmer. Okay. Ja, gut. Nein! Nichts war passender. Schärfe gut getroffen. Mega. Die Meatballs sind toll. Es ist wirklich leicht bekannt. Nudeln. Es ist so heiß. Und was bei den Meatballs halt wirklich toll ist, du kaust nicht auf so einer festen Hackfleisch-Boulette rum. Die sind schon, das ist schon fast ein Sommergericht. Boah. Richtig lecker. Ja. So, Freunde, ihr kennt das Motto, ja, ne? Macht's nach, macht's gut, macht's besser. Schaut auf jeden Fall bei Freddy mal vorbei. Schaut euch an, wie wir meinen, eins meiner Leitgerichte kochen. Ne? Jetzt schon. Einmal. Einmal. So, wir essen erstmal weiter. Und dann euch noch entspannten Tag. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018